Gegen Korruption für Integrität. Wie weit wird bei Geschäften unter der Hand gegangen? Ein Thema, in das es schwer Einblick gibt und dennoch behandelt werden muss. Korruption darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Professor Mag. Eva Geiblinger weiß, wie es um Österreich in Sachen Korruption steht. Wir sind mit dem internationalen Corruption Perception Index in den letzten zwei Jahren dramatisch abgestürzt. Das CPI ist ein Wahrnehmungsindex, das heißt, wie wir international in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Aufgabengebieten im öffentlichen und Privatsektor wahrgenommen werden. Transparenz muss her, genauso wie ein Weckruf für die Bevölkerung. Korruption sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Es wird an der momentanen Gesetzeslage gearbeitet. Es gehe mit kleinen Schritten voran. Das Wichtigste dennoch, Öffentlichkeitsarbeit, so Ingenieur Robert Zwettler. Es geht darum, einmal zu sensibilisieren, was geht und was nicht geht. Es haben ja doch die meisten Menschen ein gewisses Bauchgefühl, das teilweise aber vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Also wenn man das wieder aktivieren kann und vor allem diese moralische Einstellung dazu hat, was einem geht oder nicht geht, das wäre eigentlich der richtige Weg. Strafrechtlich gibt es ja eh keine Maßnahmen, zumindest nicht für Transparenz. Wir können nur aufzeigen, was nicht geht und dann entsprechend dort, wo die strafrechtlichen Dinge behandelt werden, entsprechende Maßnahmen erreichen. Aufklärung und Information sind ebenso Mittel gegen die Korruption. Ein langer Weg, der gegangen werden muss, der aber nicht ziellos ist. Gerade durch Veranstaltungen wie diese werden die richtigen Zeichen gesetzt und Aufklärung an die richtige Stelle gebracht. Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass alle öffentlichen Ausschreibungen sehr klar definiert und geklärt sind. Und da stellt sich bei uns die Frage überhaupt nicht. Ich höre es aber von sehr vielen unserer Kunden, dass das speziell in Kontakt mit osteuropäischen Ländern immer wieder ein heißes Thema ist, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!